Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Bad von Raft. Yo, ich liebe dieses Spiel. Ich liebe es. Es ist so cool. Ich mag das wirklich gerne. Obwohl ich überhaupt nichts weiterkomme. Gar nichts. Ich mag es trotzdem irrsinnig gern. Es ist so cool. Und ich möchte es so gerne bauen, aber ich komme zu nichts. Ich komme zu gar nichts. Ich will aber zu etwas kommen. Ganz ehrlich, ich will da weiterkommen. Hier haben wir schon einen nicht so schlechten Platz. Ich muss mal schauen, was braucht man denn jetzt hier? Ja, reine Planken für die Wand. Alles gleiche. Okay, reine Planken für die Wand. Ist eh logisch. Ja, loko. So eine Insel müsste man wieder einmal bekommen, wo man Boden eben ran kann und gleich alle Palmen, die es dort gibt, niederreißen kann. Ich vermute, dass man es auch mit der hier kann, die Palme zerstören kann. Ich würde es gerne mal probieren. Wir haben noch einen Palmensamen. Weil dann könnte man da immer Planken regenerieren. Das wäre mega cool. Und vor allem für uns sehr praktisch. Würde ich halt sagen. So. Immer her mit den schönen Planken. Die alte, ne? Die ist nur hungrig. Den ganzen Tag ist die gnädige Frau nur am Verhungern. Als wenn wir hier arbeiten würden. Die wollte ich jetzt nicht haben. Die wollte ich haben. Mahlzeit. Komm, 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 komm. Ich glaube, wir müssen wirklich schauen, dass ich hier jetzt mal... Dass ich jetzt mal... Jetzt auch ein größeres Kochdingens da irgendwie hinkriege. Geh sterben, geh sterben, geh sterben, geh sterben. Du Mistviech. So. Äh, ich wollte nur sagen, es wäre echt cool, wenn wir hier eine größere Kochstation hätten. Aber ich fürchte auch sowas müssen wir irgendwie lernen. Beziehungsweise müssen wir Rezepte dafür finden. Also Anleitungen. Sonst wird das glaube ich nichts. Bist du schon wieder da? Ihr beiden? Kschst. Meine arme Vogelscheuche. Geschändet von diesen Mistviechern. Ja. So. So. Hier brauchen wir Planken, damit der Bund-Barsche fertig wird. Mahlzeit. Ui. Da drüben wäre was. Du. Ja. Die Richtung passt schon mal. Da, seht mal. Da müssen wir hin. Da müssen wir hin. Auf die schnelle Stelle. Boah. Da fehlen uns noch Planken. Ich hätte da eine. Dann können wir noch eine Wand bauen. Oder? Vielleicht auch nicht. Ui. Jawohl. Zwei Sachen. So. Zack. Dann hätten wir hier schon mal eine schöne Wand. Yay. Das funktioniert sehr gut mit unserem Segel. Sehr, sehr gut. Äh. Ja. Gut. Na da 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 da. Da 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 da. Das Segel werden wir jetzt wieder einziehen. Ich werde mich mit der Hand hier hin baddeln. so. So. Boah. Alter. Hä? Jetzt auch. Heideka. Yes. He, he, he. Wir können das. so was du saufig gehst du weg ist ja unglaublich so was so was nun wir werden wieder was braten genau wir werden wieder was einpflanzen wir brauchen frisches wasser dafür so zack und auch wieder salzwasser zum normalen wasser die vogelscheuche wäre hier auch nicht schlecht ja da wir ein pflanzenproblem haben ich sehe gerade dahinter der insel ich hoffe das kann uns dorthin bringen das wäre ganz super auch wenn jetzt dafür die truhe wahrscheinlich nicht mehr also ich sage immer truhe auch wenn ich jetzt das fass nicht mehr kriegen werde nein gar keine chance wir müssen dahin da sind ganz viele blanken oben ach ja stimmt ich wollte ja probieren ob man hier ja blanken kriegt man palmblatt palmsamen das ist super noch mehr palmsamen das ist hervorragend das ist wirklich hervorragend das freut mich jetzt das heißt wir bräuchten eigentlich gar keine inseln derweil wir haben streng gesehen alles was wir brauchen ich möchte trotzdem ein glück probieren also wir haben wieder kein anker da bist du ja lalala da dachte ich schon so ein bist wie ich hätte schon was gefuttert das klappt nicht so ganz wie ich das möchte alter da müsste ich hier fast noch mal so eine leiter bauen ich möchte ehrlich gesagt hier so versuchen das hier ein bisschen was hat sie denn jetzt schon wieder alter hat es jetzt so einigermaßen geklappt was will sie denn jetzt schon wieder trinken ich bin durchstieg da ist kein wasser drin irgendwie haut das nicht so hin wie ich das möchte möchte mit dem da hoch ist das was jetzt endlich mal fertig ist das was jetzt endlich mal fertig ja so trink mal was man muss nicht so viel husten so geht's wieder wunderbar so dieses teil hier nervt ein bisserl das teil der schafft irgendwie nicht so wie ich möchte zur insel hinzukommen hallo hey du vielleicht sollte ich hinbatteln ich weiß es nicht ich glaube das wird auch nichts bringen hä ach hupfingatsch echt hupfingatsch ist ja unglaublich so das ist mir echt zu mühselig so eins zwei drei so trink mal was wo hat sie jetzt schon wieder das ah hier haben wir das essen haben wir noch irgendein fischlein ja eine sebrasse dann brauchen wir hier wieder so eintrinken trink 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 ähm und bauen eine wand da brauchen wir auch vier planken okay ja egal hauptsächlich wir haben dann hier die möglichkeit uns ein überdachtes plätzchen zum schlafen zu gönnen ja jetzt müssen wir warten bis der baum fertig ist ich werde auch gleich sobald es möglich ist werde ich auch schauen dass ich ähm so dass wir ähm noch so ein großes Dingens hier haben das ist echt nicht schlecht na du Haifisch du hässlicher komm 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 da eine schöne blanke ein schönes Fass mit etwas Glück lalalala supi supi tralalala ha beide gefunden äh gefunden ja beide erwischt wollte ich sagen das werde ich nicht schaffen nein das geht glaube ich nicht ah wenigstens eins muss man schon zufrieden sein ich sehe hier im am Horizont nichts verdächtiges schau du blanke du hätten wir jetzt schon genügend wieder für ein Dach ich glaube also Dach hier im Boden ne yeah super dann können wir hier schon mal unser Bettchen hinbauen ähm zum Entfernen ach komm mein Speer ist wieder weg ich würde sagen so ist schon dieses Viech dieses Viech ne ist unfassbar die Palme die Palme wächst das ist super und mit ein wenig Glück kriegen wir ein schönes Fässchen jawoll ja ok das war jetzt nicht so der Burner das war jetzt nicht so toll das nehmen wir auch mit hä krub krub so ich würde sagen warte mal so was ist denn schon wieder weg da die ist auch fertig das passt die wollte ich jetzt anders hin platzieren wenn möglich so die wollte ich jetzt was ich habe mich nur frisch gemacht die wollte ich jetzt nämlich so hin platzieren das ist quasi wie eine oder warte machen wir sie so dann könnte ich hier nochmal eine Wand machen ich wollte es nämlich etwas windgeschützt machen für unseren Schlafbereich ich glaube das geht so auch so wir schauen uns aus was sind wir am verrecken natürlich selbstverständlich was denn sonst so wir braten uns ein Fischerl ja natürlich fehlt mir wieder Werkzeug Blanke fehlt mir gut super wie immer zack und zack und kann man schon wieder herstellen so ist gut die Ananas Dings tun wir wieder hier hin so und ich würde sagen die Rübe natürlich sind wir hungrig was denn sonst der Bauch der Magen so Mahlzeit haben wir hier noch sonst irgendwas nö wie schaut es aus mit einem zweiten von dem hier da braucht man noch eine Scharniere ich weiß natürlich ich weiß nicht wie man diese Scharniere baut Herrschaftszeiten scheißlich ungut was kann man eigentlich mit der Kokosnuss machen nix außer essen nix viel ok kann man die schon wieder kaputt machen ich glaube nein noch nicht noch ein bisschen warten lalalalalala lalalala so ui das sehe ich was ich sehe was was du nicht siehst und das ist ein Bötchen ein Bötchen lalalala ein Bötchen darauf siegen wir jetzt zu lala du Bötchen du Bötchen lalalala oh Bötchen wir kommen zu dir lalalala und dann hoffen wir mal vielleicht ist was brauchbares drauf süßes Wasser die ist schon am sterben diese alte macht mich krank die ist ständig am sterben die alte macht einen fertig den ganzen Tag ist ihr schwindelig wie so ein kleines kind lala ich weiß nicht was ich singe oh nix viel wieder ich hab kein schwer geh weg ja die stirbt schon wieder ne achso man so Herbert trinkt das klappt das jetzt noch ich seh nix man ist wieder viel zu starker Wellengang ja ja bricht zusammen hast du recht ah diese blanken ich glaube die gute Frau kann auch nicht arbeiten wenn sie Hunger hat so einen Haufen blanken hm irgendwie kommen wir gerade nicht vorwärts hm vielleicht können wir da etwas Abstand gewinnen äh Abstand gewinnen falsch Abstand verkürzen so ich muss dann aufhören zum zocken ich bin schon ganz gaga schon wieder du bist du scheiß Viech äh da 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 well So, will ich Schutz wieder? Gut, ähm, wir haben Bolzen gleich bekommen, ne, das trifft sich hervorragend, haben wir dafür nicht, na, da haben wir schon Leere gebraucht, scheiße, wofür haben wir Bolzen gebraucht? Ey, Metallangel geht, geht Metallachst auch, Metallhaken geht nicht, Bolzen hätten wir, ja, die Blanken würden fehlen, dann können wir das auch bauen, hier brauchen wir auch einen Bolzen, das ist natürlich ein Beiders einmal bauen, das ist mega cool. Ah, hier hätte man gebraucht, diesen Gummi, diesen komischen Schleimpatzen, ja, schon klar. Was ist denn? Geck. Na nü, ernten. Geht ja. So. Okay, mir fehlen schon wieder Planken, das können wir einziehen, da geht eh nichts weiter. Würdest du jetzt mal? Danke. Okay. So. Ist das schwer groß? Ja. So, warte mal. So, jetzt haben wir Platz. Zack. 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 Eine Kokosnuss. Sehr gut. Und wir haben noch genügend Sämlinge. Also, alles gut. So. So. Und auch hier. So. Ah, wir haben keinen Platz mehr. Sicher, oder? Doch, doch. Fast alles. So. Das Wasser ist fertig. Na nü. So. So. Das verstehe ich gerade nicht. So. Nochmal. Na nü. Na nü. Dann haben wir da eine Ananas. Achso, die ist noch nicht fertig. Aber hier. Radieschen. Rübe. Geht schon. Und. Zack. Ui, was sehen denn meine entzündeten, na, meine entzückenden Augen. Zack. Ein Festchen voller Glück. So. Auch hier. Du bist lästig. Gssst. Eine Ananas. Und einmal Sämlinge. Alter, ich hab schon wieder keine Dingsbums. Diese Blanken. Die Blanken sind der Blanke Wahnsinn. Ah. So. Im Glück ist die auch schon wieder. Die ist nur am Fressen, echt. So. Aber nur am Essen die ganze Zeit. So. Na komm. So. Und wieder den Plastikhaken. Für das Fassern. Super. Hä? Was stimmt hier? Irgendwas war da jetzt so komisch. Das war ein Plastikteil. Hä? So. Dann hab ich jetzt unabsichtlich aufgehoben. Jetzt sag ich mir, hä? Was ist denn da so komisch? Ach Gottchen. Ja. So. Das macht dann auch ein bisschen Ordnung. Was wollte ich denn jetzt bauen? Die ist noch nicht ganz ramponiert. Die ist auch nicht ganz ramponiert. Da können wir noch ein bisschen warten. Ah. Jawoll. Hehehe. Super. Rote Rüben. Wow. Planke, Kunststoff, Fisch. Hier haben wir nach wie vor die Blümchen drinnen, die ich nie brauche. Mhm. 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 Hoppala. So. Ähm. Mahlzeit. So, jetzt geht's. Passt alles. Wunderbar. So, ein bisschen. Ui. Ein bisschen Koordination. Und unklappt das schon. So. Wir können die Heaten weiterbauen, glaube ich. So. Und Wände. Ah, da gibt's noch sogar mehr Wände. Wände mit Palmenblatt. Mit Holzfenster sogar. Wow. Das ist cool. Das hätte ich hier auch machen sollen. Da. Genau. Beim Bettchen. Egal. Ähm. Was ist denn das? Ah, das sind die Dächer. Genau. Holztür gibt's auch sogar. Sehr, sehr schön. Ah, es gibt auch Leitern. Okay. Ja, gut. Da gibt's einiges. Einiges, ne? Einiges für uns. Aber ich sollte vielleicht nicht zu sehr... Ja, das war zu schief. Nicht zu sehr zubauen, oder? Also immer was am Rand lassen. Zum Gehen. Damit wir auch hier nach wie vor die Fässer kriegen, ne? Das heißt, ich sollte eigentlich nur bis hierher bauen. Oder maximal bis da her. Das heißt, ich müsste das jetzt zusammenschlagen. Kann man auch mal probieren. So macht man Sachen kaputt. Weil hier möchte ich gern die... Hey, wir kriegen Planken zurück. Aber das ist mega. Das ist cool. Ähm. Ich würde gern so ein Fenster mal probieren. Oh, das schaut schon schön aus. Dicht ist es überhaupt nicht. Keine Frage. Aber die ganze Konstruktion ist nicht dicht. Aber es schaut sehr schön aus. So. Dann würde ich sagen, hier noch so. Zack. Und zack. Und hier auch, wenn's geht. Ah, da haben wir zu wenig schon, ne? Ja. Gehen tut sicher. Ja. Ja, jetzt sind wir schon ein bisschen geschützt. Das ist schön. Das ist schön. Ich glaub, wir bauen derweil keine Kartoffeln und so weiter mehr an, weil wir haben hier einfach zu viel, zu viel. Ui, wir sind an einer Insel vorbeikommen. Ja. Das habe ich natürlich voll bemerkt. Hm. Und der Part ist auch zu Ende. Ui. Und wir sind voll. Und, und, und. Lauter Probleme. Lauter Probleme. Ich sag's euch. Fürchte dich. Na gut, ihr Lieben. Ähm. Ich werde es noch versuchen. Ja. Die brauchen wir. Die muss ich jetzt unbedingt noch herstellen. Wir haben. Ich brauche so eine Art Kühlschrank. Ähm. Ich hab immer noch keinen Speer. Mann. Ja. Ich hab immer noch keinen Speer. Ähm. Fällt mir grad auf. Und hier wollte ich jetzt eigentlich mal so ein paar Rüben reintun. So zehn Stück. Geh. Das kann man das teilen. Geh weg. So. Die fünf Kartoffeln wollte ich reintun. So, so. Dann. So. Haben wir noch irgendwas zum Futtern? Ich glaub nie. Äh, doch. Die Kokosnüsse. So. So wollte ich das mal machen. Ähm. Zwecks Essen und so. Alter. Die Zeit vergeht so schnell. Das ist ja frechert. Na. Würdest du jetzt das nehmen? Hat er es genommen? Na. Natürlich nicht. Warum sollte ich die Blanke nehmen? Nur weil ich sie brauch. Och. Pfff. Schön ist wichtig. Na gut ihr Lieben. Das war's dann wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören fürs Zuschauen. Wünsch euch einen schönen Tag. Einen schönen Abend. Je nachdem, wie ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi. Tschüssi.